hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stimme ja drei türen haben wir schon geöffnet heute haben wir den vierten dezember und wieso mal die nummer vier wer seht die schon wer sie die nummer vier schon ich sehe sie schon und wir haben sie nämlich hier auf platz nummer drei mag spannend was welcher verein sich dahinter verbirgt öffnen wir mal es ist wieder was rotes und wir haben augsburg nehmen wir mal die teile raus wie immer hier will einst nicht raus aufpassen dass hier nicht ins loch fällt später muss auf dem tisch machen jetzt drehen wir erstmal alles rum dass wir hier die zahlen sehen so zahlen sind sie sehen und hier ist die nummer eins hier ist die nummer zwei hier sind nummer drei hier haben wir die nummer vier so die ersten vier teile sind zusammen und jetzt kommt wieder der zeitraffer so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020